Hi Leute, Willkommen zu einem neuen Video, heute spüren wir uns auf Tasty Planet Forever. Mal wieder. Und ja, diesmal ist es ein Fimpfistisch, also mein Fimpfistisch war wohl 2. Nein, ich muss die Gäste nicht fressen ab. Fass mich. Fass mich nicht. Ich habe noch lange an den Schatten, aber die Lassen. Fass mich! Wann sie auf? Nein. Na doch, hier, bleiben wir auf. Oh, oh, oh. Das war's für heute. So. Nicht mehr lange, nur durch, also durch. So. Oh, jetzt. Ja, ich könnte das nicht mehr, ich würde es nicht mehr. Und ich würde es nicht mehr, ich würde es nicht mehr, ich würde es nicht mehr. Ich würde es nicht mehr, ich würde es nicht mehr. Ich würde es nicht mehr, ich würde es nicht mehr essen. Fischstern? Zwei. Okay. Nee, einer meint sich. Nein, okay. Nein, das ist eigentlich schlecht. Okay, wir dürfen einfach nur keine Fische essen. Nein. Nein. Wo ist denn das denn? Hey, ich brauche etwas, bitte. Nein. 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 Oh, lecker. Ich werde später in der Unterhose essen. Ich bin ja sehr hilfreich. Wo sind Löffel? Nein, ich habe ihn auch schon gesehen gegessen. Hä? Wo sind Löffel? Da. Da. Au. Löffel. Komm her. Löffel. Da. Oh nein. Das macht ja total schlecht. Ja, Leute, ich wiederhole das Löffel. Sonst verkauke ich noch ganz. Okay, jetzt. Oh. Sieg noch mal. Da. Dann der Bist. Mein Löffel. Ich bin ja sehr. Ich bin ja sehr glücklich. Ich bin ja sehr glücklich. Die. Ich bin ja sehr glücklich. So, du hast den Pösen. Ich weiß nicht, dass er mal Pösen ist. Ich bin ein bisschen Pösen. Ja, mein Gott. Aba. Ja, so. Ich bin ein bisschen. Aba, du. So. Du hast den Pösen. Nein, das hat mir wohl schon. Ah, nicht schön. Da geht es einfach, ja, weiter bis jetzt doch. Okay, nein, okay, 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 da. Ja, ich glaube, da wird die lange Sache nicht, dass ich Nullstunde bekomme. Ja, aber man hat viel mehr Kraftstunde. Ich kann ja die Böse messen. Ja, das ist sehr gut, das wird auch die Böse messen. So, und dann. Und weiter auf die andere Böse messen. Das wird nicht sehr gut, aber ja, was soll man denn denn da machen? Oh, was habe ich falsch gemacht? Der hat mich schon vorbeigehen. So, ach so. Da bleibt noch dabei, was ich nicht essen darf. Leute, wartet mal kurz, hier hat jemand geschrieben. So, das kann weitergehen. Alles? Wenn der Plan, danke. Okay, denkt dann, verpasst ich nicht. Das ist der Tisch. Mhh, lecker unterlegen. Was esse ich denn falsch ist? War da ein Tisch dabei, oder was? Mhh, so. Ähm, ich bleib da schon immer, wenn man manchmal nicht dabei ist. Dabei, so am anderen. So, gut. Nein, ich hab ihn. Oh, die Hürde gefallen. Ja. Ja, okay, so viel Hürde gefallen. Ja. Aber wie sagt, ich hab sie zu Spiele gesehen. Oh, der, accurate. Einen Stern bitte. Oh nein! Okay, nicht schlimm. Obwohl doch... Kann ich... Nichts essen? Oh! Bosen. Immer gern. Keine Spaß. So... Kann ich mal... Probieren da rüber zu gehen, warte. Oh, es geht sogar weiter. Oh Gott! Kippt ihr das? Ja! Oh Gott! Oh! Oh! Das ist schon fast schrecklich! Das ist wirklich... Aber wie... Immer mehr! Okay, wie viele Sterne? 3, 3, 3... Nicht mal 2... Schade! Was... Was ist das? Nein! Tauber! Mit Trapon! Hey, was soll ich essen? Hup! Ich hoffe, ich hab dich auch bescheiden irgendwie. Was soll ich essen? Hallo! Mein Gott! Na genau. Ah! Näh! Hä? Komm! Warte! 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 Bäh! Digga, ich weiß nicht. Hört ihr ihn. Ich bin so schlecht. Ja Leute, ich mach mal. Oh mein Gott. Ich war so schlecht. Jetzt. Ich bin schon minus 102. Okay. Nochmal. Okay, jetzt nicht mehr. Letztes Mal. Okay. Nein, 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 nein. Den kann ich hier essen. A, B. Aha. Oder wenn ich die Taucher mal essen kann. Dann bin ich nicht der Gäste. Wenn ich die Gäste bin. Jetzt bin ich nicht der Gäste. Jetzt bin ich nicht der Gäste. Oh, hier ist auch nicht. Ja, okay, jetzt. Jetzt kann ich... ...fass alle essen. Hey, diese Kötet, die den Küsten, den ich nicht erneut. ... und nicht. ... und Backkirche, die Kötet sind. Ich verstehe. Schau, ich gehe doch nicht. Oh, hier ist nicht. Oh, ich würde sagen, ich gehöre. Oh, ich würde jetzt nicht mal, ich würde sagen. Oh, ich würde mich... ...wag... ...wag, zwischen stoßen. Es sind so viele. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, wann kann ich endlich essen? Oh mein Gott, das war so knapp. Oh nein, er hat den Fischel gewidmet. So. So, ich habe jetzt kurz gehört wieder jemand geschnitten. Die Tür war am von Schmettermann. Und ja, am Schmettermann. Und am von Schmettermann am Schmettermann. Ich bin Gott, das ist immer eine Spannung. So hat mir die Protten geschrieben. Ich habe die Schatzplatten hier. Ich habe die Schatzplatten. Ah! Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß nicht, dass ich die Schatzplatten habe. und st zwei sterne bitte 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 wieso hab ich den nicht mehr gekauft wenn ich noch noch ein mensch mehr oder einmal weniger nicht nur diese Stachelfische nur die dann weiß ich nicht mehr so ganz so dank hab ich den gerade nicht gesetzt Oh mein Gott. Kann ich dich nehmen. Aber ich... Oh mein Gott! Oh mein Gott... So. Hey! Dann kann ich dich. Dann kann ich dich... Nein! Ich dachte, ich kann ihn essen. Ich habe das erste Mal gesehen. Oh nein, ich habe das erste Mal gesehen.